Ja, ja, mach. Da hat er sogar hingehalten. Genau, so muss das sein. Tschö, nun. Oho. Gib ihm. Guck mal, wie er aufsteht. So unrealistisch. Von wegen Taktik. Das Spiel ist nicht realistisch, wenn die nicht laufen können. Arnot läuft nie. Er kann nicht mal tanzen. Nein, das ging nicht mehr. Auf jeden Fall, wie er aufgestanden ist. In der Leiche. Guck das mal an. Guck, guck, guck. Oh, Schiss. Und immer noch kein K.O. Was soll ich noch machen? Was soll ich noch machen? Oh, Schiss. Oh. Das erste Mal. Ladies and Gentlemen. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Ey, das erste Mal. Es hat sich gelohnt. Gegeben. Wer hat gewonnen? Gucken wir mal. So schön. Oh Gott. Oh Gott, ist so schön jetzt. Ich liebe dieses Spiel. Ich gebe sechs Punkte bis jetzt. Okay. Erneut kämpfen. Da erneut. Wie viel habe ich bekommen? Wie viele Follower? Zehn. Oh. Luxus. Noch nie habe ich bekommen so viele Follower. Okay. Glückwunsch. Was ist das? Ist wieder da. Ich war remariert. Okay. Schon schön. Auf einmal fühle ich mich so mächtig. Es kann nur Reiden geben. Ja, nun mal. Okay. Jetzt gucken wir mal. Kampfangebot. Mach, mach, mach. Nimm es auf. Ja. Schön. Was ist das? Was ist das? Das sieht stark aus. Geh weg. Aha. Oh, Gonzales. Ich habe dich so vermisst. Mein Freund. Ich muss OP werden. Ich muss dich nochmal bearbeiten. Tut mir leid. Ich brauche dich. Gut, gut. Wie viel Geld habe ich? 1000 Millionen 600. Und Boxen. Yes. Box. Very good. Nein, warte. Boni. Gibt es Boni? Wo Boni? Keine. Okay. Wegen 200 Euro. So. Mach, mach. Mach, mach. So. Anstehender. 15 Minuten jetzt wieder. Wo 12 hat er gewonnen? Vorhin habe ich gewonnen. Wieso steht ihm noch einmal Niederlage? Nicht schön so. Bitte. Richtig arbeiten. So. Okay. Tempo. Ich liebe Tempo. Ich mag das. Mach, mach. Mach mir. So. Schön. Nochmal. Ja, ja. Tempo ist sehr wichtig. Wie es aussieht. Ja, machen wir nochmal. Gut. Und jetzt machen wir noch was anderes. Vielleicht. Blocken. Genau. Ist auch schön. Ja. Gut, gut, gut. Wir werden so beweglich sein, Leute. Ihr glaubt gar nicht. Ich glaub so gar nicht. Wir werden so beweglich sein. Dann trennieren. Und dann. Tempo. Nein. Blocken. Takedown. Genauigkeit. Das ist auch wichtig, ne? Ausdauert. Oho, 63 habe ich. Striking. Striking. Ausdauert. 63. Nicht schön. Machen wir mehr. Muss schon anständig aussehen. Bisse. So. Gut. Juhu. Und? Wie starb bin ich? So. Diesen Gegner. Ich denke. Er schneiden wir lockert. Er wird nicht so eine große Gefahr sein. Müsste nicht sein. Mal gucken. Ja, ja. Schon ein schönes Spiel, aber. Von Nase kommt. Let's do it. Wow, wie schnell ich. Guck mal. Oho, so geil. Alter, ich bin ja voll sch... Oh. Ich bin ja voll schnell geworden. Habe ich gewohnt gegen ihn? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaub schon. Alter, ich bin mega... Er ist so schnell geworden. Ich bin ja voll schnell geworden. Ich bin ja voll schnell geworden. Oh. Oh. Er hat schon viel kassiert, oder? Aber voll. Also da müssten wir locker gewinnen, eigentlich. Alter, wie ich das hasse, wenn sie nichts machen und dann nur blocken. Und sie blocken wirklich, wie Könige. Der Kameramann sieht aus übrigens wie Daniel Cormier irgendwie. Oh mein Gott, mein Bruder. So tief bist du gesumpfen? So. Ja, mach du Pause. Mach du deine Pause. Aha. Ich hab nicht getroffen. Ey, nicht dein Ernst, oder? Oh nein. Er greift mich nie an. Er trifft mich nie. Einmal trifft er und meiner... Sieht schon Delirium. Ist schon irgendwo anders. Versteh' sowas nicht. Okay. Let's do it. Okay, let's do it. Hey sing Hey, Yoong, yoong, yoonger. Oh Gott. Aha, jetzt. Wieso kann er nicht nach unten schlagen? Das verstehe ich nicht. Alter, es gibt so Sachen, wo ich nicht verstehe, definitiv. Was ist das? Also manche Angriffe sehen schon ein bisschen komisch aus. Ob er ihn streichelt. Guck mal, was ist das? Oho. Oh Mann. Also manche Schläge sehen schon ein bisschen komisch aus, definitiv. Aber egal. Oh mein Gott. Leute, ich bin so lange wach. Seit ich weiß nicht wie viele Stunden. Ja, nach diesem Kampf werde ich... werde ich aufhören. Rekki, kannst du gucken? Nein. Schade. Aber wir haben ihn schon zusammengeschlagen, ne? Wir haben ihn schon zusammengeschlagen. Ich denke, wir werden ihn schon locker gewinnen. Aber Kao wäre das schon schön. Geh weg mit deinem Hand. Er will sportlich sein. Wo willst du sportlich sein? Du schlägst mich ja zusammen. So, jetzt. Ah, fuck. Hallo Kracher. Hallo, willkommen. Ja, klar. Aber... Ne, ich meine diesen. Zum Beispiel diesen Angriff. Sehst du... Manche Angriffe sind halt ein bisschen... Aber besser als die UFC 2. Das definitiv. Macht auch mehr Spaß, aber... Der Anfang ist echt zäh. Also... Bis man reinkommt... Ciao, Louis. Er blockt auch immer. Das ist halt auch... Bisschen blöd. Ich glaube, gegen echte Gegner... Ist das ein bisschen anders, ne? Oder ich bin halt zu langsam... Mit den Angriffen und... Ja... Oho... Alter... Aber die letzten zwei Kämpfe... Sehen schon mal gut aus. Also... Es macht mir ja Spaß. Vor allem. Alter... Wie viel Ausdauer er noch hat. Hat nichts gemacht. Das zeigt ja schon eigentlich. Ne? Aber wie kann er so viel Ausdauer haben, wenn ich ihn so oft treffe? Das ist auch unlogisch. Ne? So... Naja... Trotzdem, es macht Spaß. Wenn wir gewinnen. Sonst nicht. Logisch. Ja... So schlecht sind wir auch nicht. Besser als vorher... Also besser als... Als Anfang... Aber... Okay... Die Gegner sind auch... Ziemlich mies, muss man zugeben. Man sieht, er wird beweglicher. Ja... Aber okay... Die Gegner sind halt auch... Ziemlich... Flaschen, ne? Das sind ja keine echten... Äh... Echten... Echten Gegner. Ich meine... Das sind gemacht... Äh... Er... 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 Erstellte Kämpfer. Jetzt ist... Beweglich. Jetzt wird aggressiv. Die letzten 30 Sekunden... Ich meine, er kann nicht mal stehen. Das sind... Aber das sieht schon geil aus, ne? Naja... Gewonnen. Juhu! Was meint ihr? Gewonnen? Naja... Kau wäre schön gewesen. Egal. Wie viele Punkte habe ich bekommen? Mal gucken... Nur... Nur 30? Ich nochmal... Oha... 15 Follower! Wow! So... 2000 Euro... Haben wir noch bekommen... Auch schön! Das Ding... Ding... Das Ding... Konnte... Doch nur an dich gehen. Hey! Punktrichter! Sauber! So kreativ! Ja... Nimmlich! Also ich muss sagen... Das hat gefehlt! Twitter! Oh! Rocky! Kampfvertrag! 5! Oh! Teilnahme! 10.000! Sieg! 10.000! Gewinne alle Kämpfe des Vertrags durch Abbruch! Okay! Dana White! Juhu! Ey, jetzt wird es interessant! Das ist interessant!